Das haben wir ja schon gesehen, ne? Stimmt etwas nicht? Ja, das hat man schon. Oh, gestern habe ich sie alle mit Einschussrunde geholt. Nähähähäh. Die sollen wir nur die Dreckflöten. Ja. Oh. Der Illuminat darf Halo nicht aktivieren. Wir müssen ihn stoppen, wir müssen Halo zerstören. Oh ja. Nach Analyse der verpfiffbaren Daten glaube ich, dass die beste Vorgehensweise etwas riskant ist. Eine ausreichend starke Explosion wird den Ring destabilisieren und ein paar Benäresysteme lahmlegen. Doch die Detonation muss auf jeden Fall stark genug sein. Es wird da ausreichen, wenn die Fusionsreaktoren in einem Sternstück den kritischen Zustand erreichen. Wieder der alles liegt. Mal sehen, ob ich die Absturzstelle der Tiller auf Atem ausschützen kann. Wenn die Fusionsreaktoren des Chips noch brauchbar sind, können wir sie benutzen um Halo zu zerstören. So, dann suchen wir mal die Brille auf Atem. So lange ist das gar nicht mehr sind wir fast durch hier, würde ich sagen. Ja. 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 Sehr viel fehlt nicht mehr. Dann machen wir heute Abend drei. Dann muss ich mir die Tug noch zwei kaufen. Ich muss in die Stadt. Ich muss eh in die Stadt. Also jetzt reifen wir holen. Oh Mann. Jetzt erwischt. Flieger. Das ist so knapp. Die Anlagen in diesen Schluchten sind Halos primäre Feuermechanismen. Sie bestehen aus drei Phasenpulsgeneratoren. Die Halos Signal verstärken, damit es tief in den Weltraum geschossen werden kann. Ich bin da Benchy fliegen, ne? Es würde Ewigkeiten dauern, die Reichweite des Impulses zu veröffnen. Oh nein. Glaub ich. Ich geh grad den Turm hoch, ist das richtig? Ja doch, ist das eine. Ja ne? Ich markiere den Standort des nächsten Generators mit einem NAV-Punkt. Ne, hier oben ist man nicht hoch. Ist zwar ein Snipergewehr liegt hier oben. Aber grad kann ich's nicht gebrauchen. Wir müssen da runter, ne Banshee besorgen und dann da hoch fliegen. Ja, nice. Toll. Das weiß ich irgendwie noch. Da durch, ja. Da durch, ja. Ah, da 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 da. Oh, ha, die kleinen Wichser. Egal. Endlich. Fernführer ist tot. Wollte ich sagen gar nichts. Bist du auch tot? Nee Oh du bist schon vorgelauben Ja ich bin ein bisschen faul. Wir müssen uns ein bisschen beeilen Wir müssen die Zeit aufholen Die Zeit aufholen? Ja Zeit ist der schlimmste Feind Läuft Luca kein Timer? Hast du grad gesagt? Nee, es läuft kein Timer Oh, Granate Wichser Du bist schon ganz unten Ich bin tot Ja, ich hab's gesehen Wollt er weggespringt Oh, ich bin hier da Boah, sehr schön Sehr schön Oh, Granate Boah, ich hab's gesehen Hm Nein Willst du Pumpkan haben? Ja, da hinten stehen zwei siehste. Ich hab ne Pumpkan Sturmgewehr und Pumkan habe ich Guck mal, da hinten liegen noch Leichen Da ist Waffen und Medikit, falls du brauchst Hi Ja, gerne Jetzt auch ein Raketwerfer Ja, mit sogar einem Panzer Warte, ich nehme den Raketenwerfer mal Ja Ja, ich kümmere mich um die kleinen Bixer hier vorne Boah, jetzt bin ich tot Nein, hab ich dich getötet? Ich bin reingelangert, passt schon Scheiße Ich war eh fast tot, jetzt habe ich ja volles Leben Passt schon Pädis, weggeflogen Oh, vollernig Oh, vollernig Geil Jo, wir haben ihn So, sind noch zwei da? Ja, perfekt Jetzt wird es bestimmt ein bisschen schwierig, die zu fliegen Mal gucken Gut, los Oh, die haben sogar Raketen Ja, nein Die haben so einen Turboantrieb, habe ich gedacht Gibt keine Feinde hier nur Obwohl wir das nicht so gut fliegen Ja Oh, hier oben sind Feinde Alle schnell die nach unten fallen, ne? Ja Mit S kannst du dich in der Luft halten Mit S ja? Dann bleibst du auf der Position stehen, wenn du nach hinten drückst Ich hab's rausgefunden Ey, nice Hahaha Ich straf's ja nicht Jetzt Geht's Dreck's Dinger Mal auf die alte Grafik wieder Hahaha Also die alte Grafik sieht so schäbig aus Ja, Mann Neu ist einfach immer besser Das ist der Generator Sein Zentralkern ist ein Signalverstärker Und den müssen wir abschalten Wir müssen den Energiestrom des Generators unterbrechen Ich habe ihr Schildsystem so eingestellt Dass es einen so heftigen E-Impuls abgibt Dass der Generator lahmgelegt wird Dazu müssen sie in den Strahl hineinlaufen Jawohl Missionsziel erreicht Der Impuls Generator wurde überladen Scan läuft Der Zentralkern des Generators ist offline Gute Arbeit Ja Boah, die grillen mich Wo sind die? Oben an der Decke Boah, hier brauchen wir noch mehr Ich bin mir jetzt nicht sicher Irgendwann kann man die aufheben Ich bin mir jetzt nicht sicher Irgendwann kann man die aufheben Keine Bummi mehr Ich noch irgendwo welche Ne, hier liegt gar nichts Nichts Dann müssen wir aber wieder zurück, wa? Wenn wir die Banshees wieder fliegen, ne? Zum nächsten Ja Gut Wo ist der Ausgang? Wir sind einfach rumgelaufen In die Ehrenrunde gedreht Ja Ist ja der 1. Ausgang Also müssen wir hier wieder lang Ja Oh, gespawnt Oh ja Stehen beide hier gleich Der zweite Generator befindet sich in der nächsten Schlucht Ich markiere das Ziel mit einem NAV-Punkt, wenn wir näher dran sind Mach mal Wenn wir näher dran sind, müssen wir jetzt in die nächste Bucht fliegen Ich glaube, ne? Ach, da unten rein Feinde, ja Ja Gehen wir durch die Tür, dann wird es nicht in Luft! Diese Dinger sind doch... Ich muss jetzt nur zu steuern. Ja! Warte mal, ich muss mir in die neue Wunge. Gibt die in einer Wunge rum? Die sind zwei Plasma-Gewehre Nur so eins Hier ist noch eins Die Plasma-Gewehre haben gut rein Ja, die Augen gut rein Spaß Ja, die hauen ganz schön rein, die Kack-Waffen von denen Ja, die mit der ersten Ladung haust du den ganzen Schiff weg Ja, die blöden Pellas So Ja, die blöden Pellas So Ja, die blöden Pellas So So müssen wir hier runter, wa? Ja Oh, Granate, Granate Nein, ich hänge, ich hänge, ich hänge Scheiße Ist wieder da? Ja Direkt geladen Allmächtiger Lass mal Gewehr tauschen Perfekt Kommt wieder spannende Musik Ja, ebenso Markkawsze Oh Hegel Heslons Heslons Tschüss Ist Medikit Koster, Schrotflugfunktion Ne, Medikit kommt eigentlich nicht hin, die Rücken, die Schau Gott sei Dank, Mann. Ja. Ich gebe es nicht. Schon ein geiler Style. Pass auf die, dass sie dir in den Zeh beißen und du stürmst so wie ich. Ich hab's von hinten gesehen, voll den Fuß tot. Warte, hier sind wir durchgekommen, ne? Nee. Warte, wenn es jetzt hier gleich runter geht. Wir müssen jetzt in die Gegend gesetzte Richtung der Fall. Oder? Ich glaube schon. Ah ja, jetzt müssen wir wieder über die Brücke rüber. Genau, jetzt müssen wir immer in die andere Richtung. Müssen wir aufpassen, die Flasche drüben kommt auch rübergesprungen. Und wenn es die Flasche, ich glaube, wird wieder zurück. Ja. Oh, ich hab mir selbst eine Granate angeht. Ich bin tot. Oh no. Oh no. Statt von der Wand hab du vorfohlen und sie mir selber angehäftet. Hehehe. Bist du da? Mh, mh. Immer noch nicht. Ne. Was ist hier los? Ist ja ne gute Frage. Hätte immer noch Teammitglied im Kampf. Kann gerade sein. Wir drücken mal einen Knopf oder so. Ja, hab ich schon. Alles ruhig. Vorwärts, rückwärts. Riesen. Sogar nicht. Ergstatt. Geht nicht. Jetzt. Jetzt bin ich wieder da. Ja, ich hab's gehört. Wir haben die Flut alle getötet. Oh, einer mit dem Schwert. Granate, Granate, Granate. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Nein, wie können die denn die ganzen Allianz ausschalten? Die Flatt, ne? Ja. Ja, die Kleinen übernehmen die ja. Dann werden die zur Flatt. Ja, aber die müssen sie ja auch ganz mal töten. Wo bist du? Ach, da bist du. Ja. Ja. Ich hab's gesehen. Das ist ja stehen auch wieder auf, Männer. Ich muss auch nicht totschlagen, die Wieser. Die sind zu hartnäckig. Ja, aber es ist nur ordentlich draufholz, damit sie auch zermatschen. Dann werden die nicht aufstehen. Ich bin mit der Snipe-Pistole platt oder was? Ich fällt hier ein Klumpen an. Oh, ich hab hier ein Plasma-Pistole-Gewehr. Und als Schuss gefunden. Das hab ich noch nie gemacht. Ne, das hab ich auch noch nie gefunden. Immer so 80, 84 oder so. Ja. Oh, der hat Raketenwerfer. Hab ich gar nicht gesehen, dass er ein Raketenwerfer hat. Ich hab dich nur wegfliegen sehen. Bin mir da. Bin mir da, ne? Scheiße, wo sind meine Waffen? Hier liegen sie. Voll weit reingeflogen. Das ist auch ein Raketenwerfer. Wollen wir den mitnehmen? Nimm mit? Gegen die Plinte. Zieh den Schuss. Ja. Ich nehm immer weit. Ich hab die Plumpen. Also, ich hab sie immer noch. Klingt doch nicht mehr. Oh, ein Vetter. Oh, ein Vetter. Oh, ein Vetterblubber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Geh mal weiter, wa? Oha. Müssen wir weiterkommen, oder? Ich hab schon fast durch die Kühe. Abmarsch. Wir sind wie auf der anderen Brücke, ne? Oder was? So wie's aussieht. Hast du das gesehen? Ich glaub, ich hab die grad mit dem... Die Banshee mit der Granate erwischt. Ich weiß es nicht, aber wie war das hier auch gegangen? Ich dachte schon, wir können die Idee abschießen. Und im Moment habe ich eine Granate, das war's, als ob die getroffen hat. Das kommen wir rein. Ah, okay, hier hinten ist auch noch einer mit dem Raketen. Ja, ich hab ein bisschen mehr so rum. Zwei sogar, hier da rum. Fick dich. Ich bin die Muni, ja. Sehr gut. Er hat auch noch einen. Ja. Ist er tot? Ja. Hol dir die Muni. Ja, hab ich. Oh, so ein Rattner ist doch drin. Hinschuss. Ja, aber was für ein Mach-Show. Hier, achte mal so drauf, dass ich die treffe. Ja. Ja. Da treffe ich ja nicht, weil sie genau hinter dir stehen. Nein, sie können jetzt nicht fliegen. Ja.